Nein, sorry, wir hatten ihn nämlich zunächst mal in der Frauen-Potokonie eingeordnet. Deswegen heißt es ganz kurz, lieber bei uns, Papa von mir, bei den Männern, ist er stärkster. In der 80.04, Max Bitsch! Schneller, 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 schneller. Sie sind doch sehr schnell. Großer Schnell. Ach, großer Schnell. Ich dachte, das war quasi auch so ein bisschen eine Anspielung auf das, was auf der Strecke passiert ist. Ist erst mal zuhören. Hol, mein Lieber, das wievielte Mal, ich habe jetzt nicht mal abgeholt, heute ist der fünfte FCZ. Oder wievielte wird es ungefähr sein, die sind dann, das ist schon, um zu sagen, sie haben es zu den richtigen. Wenn es der fünfte ist, dann ist es mit der vierten Strecke. Einmal hast du ausgesetzt. Das erste Mal. Beim ersten Mal hast du nicht dabei, seitdem du so stark bist. Warum sagst du, ich muss hier nicht dabei sein? Was ist das Besondere aus deiner Sicht? Ich ahne schon, was du sagst, aber es wird trotzdem möglich, dass es wirklich ist. Ja, das ist halt, weil es gar kein Wort hat, was man halt, eigentlich in dem Sinne, nicht zu Wort hat. Und ein bisschen mehr kann. Ja, das ist die Verteilung, ja. Genau. Und jetzt wird es natürlich nicht nur von einer Strecke haben, aber ein bisschen Werkzeug. Und jetzt wird es natürlich nicht nur von einer Strecke haben, sondern auch von einer Strecke haben, aber es ist nicht nur von einem Strecke.